Du hörst den Genius Alliance Podcast heute mit dem Thema, warum Veränderungsprozesse schmerzhaft sind. Wir alle mögen keinen Schmerz. Weshalb sollen wir Veränderungsprozesse mögen? Und wie du trotzdem diesen Veränderungsprozess, diesen Transformationsprozess in deinem Unternehmen vollziehen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß! Wenn aus smart genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast von und mit Founder und CEO Norman Müller. Eigentlich hätte ich die Headline für diese Folge noch verändern müssen. Eigentlich müsste es heißen, warum Veränderungsprozesse immer schmerzhaft sind. Und jetzt gehst du wahrscheinlich kurz in dich und sagst, hä, immer? Die sind doch nicht immer schmerzhaft. Ja, eigentlich schon. Wenn es um einen Veränderungsprozess geht, wenn es sich um eine Transformation im Unternehmen handelt, dann ist das in der Regel immer schmerzhaft. Vergleichen wir das mal mit dem Krafttraining. Stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio und suchst dir die kleinste und leichteste Handel aus, die du finden kannst. Also man kennt das, diese Handel, die man dann in die Hand nimmt und dann den Bizeps trainiert. Und stell dir vor, das Ding ist so leicht, dass du diese Übung, keine Ahnung, 200 Mal machen könntest, weil das Gewicht einfach für dich gar keine Rolle spielt. Das ist aber das Gewicht, mit dem viele Unternehmen operieren, weil sie den Schmerz einfach vermeiden wollen. Wenn wir aber wollen, dass der Muskel wächst, dann brauchen wir einen Reiz, dann brauchen wir einen Schmerzpunkt. Dann brauchen wir mehr Gewicht, dann brauchen wir eine größere Handel. Und das ist im Grunde die ganze Magie des Ganzen. Wenn wir also Veränderung auslösen wollen, dann müssen wir uns mit dem Schmerz konfrontieren. Und wir wollen heute in dieser Podcast-Folge darüber reden, wie wir mit dem Schmerz umgehen können oder ihn besser verstehen können, damit wir ihn besser handeln können. Wenn du weißt, okay, ich habe anschließend so einen Oberarm, wenn ich das will, dann nehme ich den Schmerz gern in Kauf, wenn dieser Veränderungsprozess dazu führt, dass ich die Form, in dem Fall den Bizeps, erhalte, den ich mir wünsche. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin immer eingeladen worden in einen Automobilkonzern und es ging darum, den Verkaufsprozess im Autohaus zu revolutionieren. Und jetzt stellt euch vor, dort wurde ein Konzept vorgestellt, in dem durch die Digitalisierung, durch digitale Tools der Kunde beeindruckt werden sollte, im Autohaus am Ende ein Auto zu kaufen mit einer viel besseren Ausstattung. Viel bessere Ausstattung heißt für den Händler mehr Kohle, mehr Gewinn. Und die Idee war, eine wunderbare Sitzlounge in das Autohaus zu installieren mit einem riesigen Display, so ein 52-Zoll-Display, mega groß, und einem Tablet und einem Stift. Das heißt, der Kunde konnte sich ganz gemütlich bei einem Kaffee in diese Lounge setzen, mit dem Tablet diesen Bildschirm aktivieren und sein Wunschfahrzeug kreieren. Und das Coole war, dass dieser Bildschirm gleichzeitig angeschlossen war an so einem Hochleistungsrechner, der quasi on the fly, live, ein 3D-Rendering macht von dem Auto, was du dir gerade am Tablet mit deinem Stift zusammenstellst. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Das klingt natürlich alles cool. Und wenn du das siehst, ist das auch wahnsinnig beeindruckend, dass so ein Fahrzeug, Marke nennen wir hier nicht, dass so ein Fahrzeug in 3D mit den Sachen, die du angeklickt hast, vor dir rumfährt, in ein Video gebaut wird. Also das, was du konfiguriert hast, siehst du dann wirklich, wie sie das bewegt, 360 Grad an sich und so weiter, kannst du alles machen. Also wie so ein Computerspiel eigentlich, deines Traumautos. Und was aus meiner Sicht völlig vergessen war, war der Prozess des Verkaufens. Ich habe mir das nämlich mal angeschaut, das waren so zwei, drei Autohäusern installiert. Und ich wurde eingeladen, um das System zu bewerten. Und wir hatten parallel ein anderes System entwickelt, unser System vorzustellen. Und ich bin in die Autohäuser rein, habe mit dem Verkäufer gesprochen, habe gesagt, hey, ihr habt ja ein mega cooles Ding, das ist ja High-End-Technologie. Gestorchen scharfes Bild, also es war ein wirklich sensationeller Bildschirm. Das war fast anfassbar. Es hat nur noch die 3D-Brille gefehlt. Und dann habe ich die Verkäufer gefragt und habe gesagt, okay, wie läuft das bei euch ab? Kunde kommt rein, setzt sich hin, wird total super Service, cooler Kaffee, italienisch. Und dann setzt sich der hin und konfiguriert sein Auto. Richtig? Und der Verkäufer schüttelt den Kopf und sagt, nicht ein einziger Kunde macht das so. Da habe ich gefragt, wieso? Das ist doch eine super Geschichte, das ist total gemütlich. Ihr ladet die Kunden ein, sagt, hey, neues Modell am Markt verfügbar. Bei mir kannst du exklusiv das Ding konfigurieren. Und er hat mir erzählt, dass die Fahrzeuge natürlich auch im Internet konfigurierbar waren und die Kunden präferierten, mit ihrer Frau oder ihrem Mann zu Hause auf dem Sofa am Tablet das Auto zu konfigurieren. Völlig fertig. Da fehlte vielleicht nur das ein oder andere Detail, je nachdem, was im Budget war. Und das klärte man dann vor Ort mit dem Vertriebler. Das heißt, 90%, 95% des Fahrzeuges war eigentlich schon zu Hause von den Kunden fertig entwickelt. Es gab also für die Kunden gar keinen Anreiz, sich an dieses System zu setzen im Autohaus. Und auch kein Kunde kam auf die Idee, zu sagen, hey Schatz, lass uns doch mal ins Autohaus gehen und ein Auto konfigurieren. Die haben da einen richtig schönen großen Display. Es macht voll Spaß mit dem Tablet und diesem Stift da rumzuklicken und unser Auto da zu entwickeln. Wie Ingenieure. Das Ende vom Lied war, dieses System sollte in alle Autohäuser implementiert werden. Und der Prozess, an den ich da reinkam, der war eigentlich schon in trockenen Tüchern. Also alle Partner und alle Dienstleister waren schon beauftragt, die Hardware, die Software zu entwickeln und so weiter. Und auch die Autohäuser hatten schon die Anweisung, das war also eine liebevolle Pflicht, dort rein zu investieren und dieses System zu implementieren im Autohaus. Das, was wir damals entwickelt hatten, war ein Verkaufserlebnis. Das heißt, ich hatte natürlich auch die Möglichkeit zu konfigurieren, aber im Grunde konnte der Kunde an unser System kommen und sagen, schau mal her, ich habe hier einen eindeutigen Code, wenn ich den eingebe über unseren Display, den man übrigens direkt anfassen konnte, also wie ein iPad, nur in ganz groß, konnten die ihren Code eingeben, dann war das Auto fertig konfiguriert vor mir und ich konnte mich dann mit dem Verkäufer in einem Verkaufsprozess über die letzten Details und vor allen Dingen über die Finanzierung unterhalten, weil darum ging es am Ende. Ist das Ding in Firmenleasing, Privatleasing, Finanzierung, was auch immer, Barkauf, all das, Versicherungspaket, Ausstattung, möchten Sie in unseren Club, ja, nein und so weiter. Das Verkaufsprozess, also damit, womit dann tatsächlich auch Geld verdient wird, darauf haben wir uns konzentriert. Wir haben den Auftrag damals nicht bekommen. Warum? Weil im Grunde die Messen schon gelesen waren. Das Projekt war im Grunde in trockenen Tüchern und niemand hätte es gewagt, zu sagen, dieses System funktioniert nicht. Wir haben es nicht ausreichend getestet. Wir haben eigentlich keine Proof-of-Concept-Phase gemacht, was der Wahnsinn war, aber das war ein mehreres zweistelligen Millionenbetrag, wurde da investiert. Und letztendlich, ich weiß nicht, ob du dich an irgendein Autohaus erinnerst, das hat es nicht geschafft. Die Autohäuser mussten es anschaffen und es blieb im Lager stehen, weil es einfach keiner verwendet hat. Hat auch irre viel Platz gebraucht, also nicht jedes Autohaus hatte so viel Platz. Es hat es nicht geschafft, weil es ein internes Politikum war. Wir hatten also ein hierarchisches Management in diesem Automobilkonzern. Das heißt, irgendjemand da oben hat gesagt, wir machen das. Und diese Entscheidung konnte nicht revidiert werden. Hätten wir ein agiles Management, dann würde in einem Prozess diese Entscheidung rückgängig gemacht werden können. Oder es wäre schon viel früher aufgefallen, dass dieses Ergebnis am Ende nicht funktionieren wird, weil es den Verkauf nicht unterstützt. So, und da haben wir schon mal einen ganz interessanten Veränderungsprozess im Management, nämlich hierarchisches Management. Können wir uns vorstellen wie eine Pyramide, der ganz oben im Elfenbeinturm wohnt, der hat immer recht. Und dann haben wir ein agiles Management, da haben wir eine Ausgangssituation und ein Ziel und der Weg dazwischen ist offen. Und völlig agil modellierbar. Wir wollen also im agilen Management ziemlich schnell raus in den Markt, den Kunden fragen, funktioniert das? Oder meine Verkäufer fragen und sagen, hey, könnt ihr damit besser verkaufen? Ist das ein Erlebnis für eure Kunden, für euch? Und wenn die sagen, nein, dann gehe ich zurück ins Labor und entwickle weiter. Das ist agiles Management. Im hierarchischen Management ist das so ohne weiteres nicht möglich. Während alle oben im Elfenbeinturm tüfteln, verändert sich der Markt am unteren Teil der Pyramide, also der setzt unten an an der Pyramide und kommuniziert sich dann irgendwann über irgendwelche Kommunikationswege nach oben. Der Elfenbeinturm kriegt mit und sagt, oh krass, da ändert sich gerade was am Markt. Unsere Kunden haben eine ganz andere Zielgruppe, unsere Kunden kaufen ganz anders. Unsere Kunden sitzen zu Hause auf dem Sofa mit dem Tablet. Was wir da gerade besprechen, entscheiden und entwickeln, ist eigentlich nicht das, was die brauchen. Und viele wissen das, doch wenige ändern es, weil die Folgen dramatisch sein können. Jobverlust, Budgetverlust, wer hat die Schuld, wer hat den Fehler begangen, wer hat dieses Fehlinvestment freigegeben. All diese Sachen, die blockieren natürlich diese Pyramide. Während das agile Management in einem iterativen Prozess die ganze Zeit hin und her abwägt und sagt, wir probieren das, funktioniert nicht, okay, nächstes, wir probieren das. Und das gesamte Team muss diese Folgen gar nicht, wie soll ich sagen, also es gibt keine Konsequenzen daraus. Also es gibt natürlich Konsequenzen daraus, aber es gibt keine, du wirst nicht bestraft für irgendwelche Fehler, die du machst. Sondern das sind Learnings in einem agilen Prozess. Warum erzähle ich euch das? Wir haben ja gesagt, warum Veränderungsprozesse schmerzhaft sind. Die Pyramide zu demontieren ist total schmerzhaft, weil die Pyramide aus Hierarchien besteht, aus verschiedenen Ebenen, die ich mir erkämpft habe über die Zeit. Während in einem agilen Management alles relativ gesehen auf Augenhöhe funktioniert. Man begegnet sich einfach in einer zwischenmenschlichen Art und Weise mit einem ganz anderen Mindset und mit einer ganz anderen Kommunikationskultur als in einer hierarchischen Struktur. Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst, ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wenn wir den Mut haben, und das ist genau das, was wir brauchen, diese hierarchische Struktur in unserem Beispiel oder eine andere Struktur oder einen anderen Prozess im Unternehmen, der vielleicht schon seit Jahrzehnten existiert und niemand hat ihn in Frage gestellt. Wenn wir da ran wollen, dann brauchen wir Mut. Und das, was oftmals passiert, ist, wir holen uns dann Berater, was auch gut ist. Wir holen uns vielleicht Mentoren, andere Unternehmer, die in derselben Branche oder einer anderen Branche einen ähnlichen Prozess gemacht haben. Wir machen Kongresse. Wir lernen, wie diese alte Struktur aufgebrochen werden kann oder verändert werden kann, indem wir uns weiterbilden und verschiedene Maßnahmen machen. Und während wir uns in diesen Veränderungsprozess hineinbegeben, fängt es schon langsam an, wehzutun. Das sind so die ersten Hantelzüge. Das ist so das erste Gewicht, was wir spüren, bevor der Muskel dann so richtig warm wird. Das ist schon Last. Und auf einmal, wenn wir das Training ein, zwei Mal gemacht haben, haben wir total Muskelkater. Und auf einmal wird alles schlechter. Die Geschäftsergebnisse werden schlechter. Das Service-Level wird schlechter. Die Kunden-Feedbacks werden schlechter. Produkte werden weniger gekauft. Alles wird irgendwie, alles kommt irgendwie in einem Momentum, wo du zu Hause liegst und sagst, oh, den Muskelkater kann ich nicht mehr aushalten. Ja, versteht ihr? Selbstzweifel. War das wirklich das richtige Training? Habe ich mir das gut überlegt mit diesem Handel oder diesem Krafttraining? War das eine gute Idee, die hierarchische Struktur, die so viele Jahrzehnte geholfen hat und uns zu Wohlstand oder einem erfolgreichen Unternehmen geführt hat? Warum demontieren wir das? Ist das jetzt gut? Diese Selbstzweifel, die sogar zu Angst führen, die blockieren massiv. Und deswegen dauern Veränderungsprozesse auch immer mehrere Monate, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen Jahre. Also kannst du mal so rechnen, ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Das ist, je nachdem, wie eingefahren dein Unternehmen schon ist und wie offen auch die Menschen in deinem Unternehmen für zum Beispiel ein agiles Management jetzt in unserem Beispiel sich aussprechen. Oder wie gut du den Zugang zu diesen neuen Management-Methoden schaffst. Und das führt dazu, dass diese Angst, diese Blockaden, von denen ich gerade gesprochen habe, dazu führen, dass dieser Veränderungsprozess einfach in eine Stagnation kommt. Dieser Effekt, wenn du zum Beispiel gesund werden möchtest und probierst erstmal so homöopathische Dinge aus, dann sagt man ja auch immer, es wird erstmal verschlechtert. Es verschlimmbessert sich irgendwie, bevor es dann schlagartig. Und das ist das, worauf wir dann vertrauen können, dass es auf einmal schlagartig besser wird. Es wird nicht langsam besser, es wird so schlagartig, als hätte jemand so einen riesigen Schalter umgelegt. Aber nur dann, wenn es uns gelingt, diese Angst, die uns lähmt und blockiert, zu überwinden. Und wenn wir Vertrauen in diesen Veränderungsprozess entwickeln können. Vertrauen in den Veränderungsprozess heißt, Vertrauen in die Macher dahinter, die uns in und durch diesen Veränderungsprozess führen, aber auch Vertrauen in die ganze Mannschaft, in das ganze Team, in das ganze Unternehmen, weil diese Last auf mehrere Schultern verteilt werden muss. Du musst also Menschen integrieren in deinen Veränderungsprozess. Und das schafft Vertrauen. Vertrauen schafft auch, wenn du zum Beispiel in Sachen Fehlerkultur sagst, hey, wir wollen ein agiles Management ausprobieren, ihr habt alle Bock, stimmt's? Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten, ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes Wertschätzung auch, wie in einer hierarchischen Struktur. Und dieses ja, 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 wir wollen das alle, das ist ein ganz wichtiges Signal, was wir brauchen, um diesen Veränderungsprozess überhaupt durchführen zu können. Und wenn dieses Vertrauen entstehen kann, da gibt es verschiedene Methodiken, wie du da rangehst, verschiedene Kommunikationstechniken, Kommunikationskanäle, die du verwenden kannst, um Transparenz herzustellen, um Erfolge überhaupt feierbar zu machen. Gibt es überhaupt feierbar, dieses Wort? Genau. Und dieses schlagartig besser machen, also darauf kannst du dich freuen, weil das ist die Garantie. Wenn du da durchgehst, unser berühmtes Tal der Tränen, wir gehen da durch, wir wissen, es wird schmerzhaft, dann kannst du dich darauf verlassen, dass dieser Veränderungsprozess schlagartig zu diesem Erfolg führt. Warum? Weil du dir den Mut aufgebracht hast. Weil alle im Team den Mut aufgebracht haben. Weil erkannt wurde, dass das hierarchische System für die Zukunft einfach nicht mehr das richtige System ist. Oder die alten Prozesse einfach nicht mehr die richtigen Prozesse sind. Die alten Infrastrukturen einfach nicht mehr das ist, was wir brauchen in Zukunft. Auch wenn wir es gerade angeschafft haben, also mit gerade meine ich vor einem Jahr, meinetwegen, oder vor zwei Jahren. Egal, was das gekostet hat, das in Frage zu stellen, den Mut zu haben und zu sagen, okay, diese Technologie, die wird uns eher blockieren. Diese Software, die wir schon immer verwendet haben, die macht uns oder die nimmt uns die Wettbewerbsfähigkeit. Die hindert uns förmlich daran, teilzunehmen am globalen Wettbewerb. Und dafür brauchen wir Mut. Und diesen Mut müssen wir gemeinsam entwickeln. Das ist nichts, wo einer irgendwie kommt, der irgendwie so aussieht wie so ein Hero, wie so ein Superheld. Sondern das ist ein Mut, der wachsen darf und der seinen Ursprung, seine Basis im Vertrauen findet. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter darauf vertrauen darf, dass Fehler mir nicht zum Verhängnis werden, ich also meinen Job nicht verliere, dann kann ich mich da auch ganz anders auf etwas einlassen. Wenn ich lerne und sage, okay, die Entwicklung unseres Produktes ist ein iterativer Prozess, wir lernen aus unseren Fehlern und wir dürfen weitermachen. Wir werden dafür nicht bestraft oder unsere Budgets werden da nicht gekürzt. Dann ist das doch für uns ein tolles Zeichen, um mutiger zu werden, um standfester zu werden im Unternehmen und uns für etwas auszusprechen, nämlich für diesen Veränderungsprozess. Es lohnt sich also, die Zeit zu durchleben und ganz bewusst zu durchleben, diesen Muskelkater mitzunehmen, sich gegenseitig aufzuraffen. Es ist immer schwieriger, wenn ich alleine bin. Wenn ich alleine mit meinem Muskelkater bin und alleine ins Fitnessstudio muss, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn mich so eine Gruppe von Menschen trägt, indem man sich gegenseitig motiviert und sagt, mir tut alles weh, los, komm, wir gehen trotzdem. Dann ist das eine ganz andere Geschichte und dann ist das auch ein ganz anderer Schmerz, weil ich den ja teilen kann. Weil die anderen, denen tut es ja auch weh. Und die gehen aber trotzdem, die gehen mit mir, die nehmen mich mit. Das ist was anderes. Das ist ein ganz anderes Schmerzgefühl. Aber, und das war mir wichtig in dieser Podcast-Folge, klar zu machen, dass ein Veränderungsprozess immer schmerzhaft ist. Es geht nicht ohne. Aber es ist wichtig, weil das Wachstum bedeutet. Erinnert ihr euch noch, als ihr Kinder wart und dann taten die Beine weh oder die Arme weh und ihr wart so in diesem Wachstumsschmerz? Ihr wurdet größer, die Körpergröße verändert sich, weiß ich, bei meinen Kindern. Und dann tut das weh. Also, die haben sich nicht gestoßen oder so, ihr kennt das, Wachstumsschmerzen. Genau das Gleiche. Und wenn ihr das umgehen wollt oder vermeiden wollt, dann nehmt ihr schlicht und ergreifend nicht an diesem Transformationsprozess teil. So, und wenn die Zahlen schlechter werden, weil ihr euch diesen Veränderungsprozess gestellt habt, dann seid euch sicher, es geht nur ums Durchhalten. Und es geht nur darum, die Angst zu beherrschen, zu kontrollieren und den Mut zu entwickeln, diesen Veränderungsprozess wirklich durchzustehen und zu nehmen. Und das lohnt sich. Wenn dir das geholfen hat, zumindest als Inspiration, mal ganz anders in deinen Veränderungsprozess einzusteigen und mal zu prüfen, inwieweit ist der Schmerzreiz wirklich groß genug. Also, die Bodybuilder würden sagen, hey, wenn du einen richtigen Muskel, einen richtigen Oberarm haben möchtest, was die wenigsten wollen, so einen riesigen Oberarm, dann musst du halt Gewicht drauf geben. Dann musst du halt wirklich Belastung herstellen. Und das kannst du abwägen, ja, aber diese ganz kleine Hantel, die einfach nichts bringt, als Veränderungsprozess zu verstehen, das ist genau der Fehler. Das sind keine Veränderungsprozesse. Das hat nichts mit Mut zu tun. Und wir müssen mehr Mut haben, um zu digitalisieren, um zu transformieren, um die Chancen, die uns diese ganze neue digitale Welt, neue in Anführungsstrichen, gibt es ja schon ein paar Tage, für uns nutzbar zu machen, dass auch wir die Chance nutzen können, uns mit unseren Unternehmen, mit unseren Produkten innovierend weiterzuentwickeln. Das wünsche ich dir. Also, wenn diese Podcast-Folge für dich hilfreich war, freue ich mich auf deine Bewertung bei Apple Podcasts oder und Spotify. Und ja, wir hören uns morgen mit dem nächsten Thema wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.